ich habe da mal das rum gespielt mit reshade das sind die die ich aktiv habe tatsächlich jetzt keine allzu grossen das macht schon finde ich da müsste man halt ausprobieren jemand an den drescher aber der er das ist extrem leuchtet also dann müsste man vielleicht es wäre einst ja da müsste man schauen was besser wäre dann geht das eher kaum also spannend ist es auf jeden fall mit der und das ist einfach wenn ich jetzt da alles rausnehmen du kannst schon verschiedene profile kann man da anlegen aber dieses milch milchige das ist halt weg knö